japanische süßigkeiten japano kram aber haben wir die das die liste das ist die liste also wir wissen am ende auch was wir da in uns reinschieben damit wir eventuell das ganze bereuen können was wir in uns reingeschoben haben also wir haben wir haben hier offscreen so eine schale zeigen wir jetzt mal nicht weil sonst wisst ihr schon immer was da kommt und spult nachher vor ok also das basicste vom so poky the basic das für diejenigen die nicht wissen was poky ist ihr kennt bestimmt diese mikado sticks diese ja das ist wirklich diese mikado stick dinger hier die die in jedem laden kaufen könnt schon basic basic ist dick recht mich über das schmeckt wie normal wie die mikado nur ein bisschen besser finde ich sogar bin die besser ja doch zum einen ist besser als die aus dem laden ist aber auch weniger drin an sich aber klar gemein wenn ihr mal schaut wird jetzt sehen könnt da ist nicht so viel drin in so einer tüte und da sind zwei tüten drin aber an sich voll lecker doch so fahren wir mit etwas an wo es tatsächlich nicht im magen hängen bleiben wird i want this one ich möchte hier schoko boards mit dem dummen hühnchen drauf das sind die geschmacksrichtungen peanut karamell erdbeer und feuerwerk feuerwerk oh mein gott ob jetzt wird ja witzig hier feuerwerk ok guten hunger das ist peanut peanut wie m&m nur mit schoki also halt mit nuss nussig sogar nussiger die nuss schmeckt man mehr raus als bei den m&m aber bei m&m sagst du das immer du schmeckst immer mehr so den zuckerguss als alles andere mit sugarguss alter ich hab das ding aus seinem erdbeerigen der steht riecht erdbeeriger als erdbeeren what the fuck ok das ist karamell ich habe ich habe doch doch nicht schlecht ich sage ihr habt noch nie etwas gerochen was so derbe nach erdbeeren riecht wie das hier doch ohne scheiß ich sehe sogar nur die farbe dafür ich sage heute ihr habt selten etwas gerochen was so derbe nach erdbeeren also schmeckt erstaunlich wenig nach erdbeeren dafür dass es so sehr nach erdbeeren riecht doch langsam jetzt kommt es langsam durch so ein erdbeeren nachgeschmack nicht schlecht aber es riecht mehr nach erdbeeren als es tatsächlich nach erdbeeren schmeckt finde ich was erstaunlich ist wir haben hier ein erdbeerfeld bei uns in der nähe also wenn da erdbeeren saison ist und du selber pflücken kannst dann riecht die die halbe stadt nach erdbeeren gefühlt und man musste also stellt euch vor ihr würdet das gesamte feld einschmelzen und den geruch in kleine kugeln packen aber nur den geruch und nicht den geschmack ich mein man merkt dass es erdbeer sein soll ja aber ich finde es riecht einfach so krass nach erdbeeren ja gut ganz normal sieht aus wie die schoko kugel ich meine jetzt hier auf der verpackung man sieht hier auf allen wie sie genau gefüllt sind like i said es prickelt es knistert es knistert captain geschmack ist auf jeden fall nicht meins meins du? ne meins ist das nicht ich hab da zu sehr diesen den kaugummi flavor es wurde ja ziemlich stark gehypt pokémon sticks pokémon süßigkeit im sonne und mond design hätte ich jetzt nicht gedacht sieht ein bisschen auf der verpackung wenn man unten guckt sieht ein bisschen aus wie crystal meth ja sieht ein bisschen aus wie crystal meth ich nehme pikachu ich bin ganz ehrlich nehm nehm wir pikachu es ist pikachu oh mein gott ist das klebrig das sind sticks aber super sticky es schmeckt wie crack es schmeckt wie crack es war crack das ist definitiv candy hm ziemlich sauer ah das ist so das ist so die fraktion candy wo du in deinen mund nimmst und nach einer dreiviertelstunde immer noch merkst dass du immer noch zeug davon im mund hast hm auch leicht säuerlich aber auch leicht säuerlich aber war schlimmer ja war genau weniger ja war genau weniger ne dank aber nein danke und nach einer stunde merkst du scheiße ich habe immer noch was davon zwischen den zähnen das sind so diese stealth candies das sind stealth rocks keine ahnung was das hier sein soll das ist das merkwürdigste von allem ich habe das gefühlt es sieht aus ich habe das gefühl wir haben hier jetzt Seetang in der hand ja super ich suche mir natürlich Kaugummi aus ich fucking hate gum Mehr kriegst du nicht? Lol. Willst du sonst vielleicht eine kleine Ecke einfach nur? Ja, na gut. Ja, das ist why I don't like gum. Das ist eigentlich nur ganz normales Kochmäh. Das ist why I don't like gum. Das ist die Konsistenz einfach, die Nii mag. Ich würde mal sagen, vielleicht zum Runtersprühen für dich mal hier eine von denen erst mal. Okay. I mean, du hattest gerade eine schlechte Erfahrung, also. Also gibt es für mich erst mal ein Bier. Ein Bier-Shot. Kirin, äh, Kirin's, nee. Doch, Kirin's Prime Brew. Ich denke da immer ein Kling. Ja, so ein bisschen. 5% Alkohol für ein Bier? 5%? Okay, jetzt bin ich selber neugierig. Hör mal, okay, warte mal. Ich muss mal gucken. Ich hab Schiss, dass das Ding jetzt hier, ne? Hier in der Guck. Ah, nee, okay. It's safe. Wie gesagt, ich bin kein Bier-Expert. Ich trink Alkohol allermaßen, aber... Bier ist irgendwie immer nicht so meins. Aber mal gucken. Ich bin auch kein großer Bier-Trinker. Das Einzige, was ich trinke, ist Salitos. Das ist nicht wirklich Bier. Das ist eigentlich nur ein... ...Cocktail-Getränk. It's beer, all right? Beer. Nee, aber... Bei mir ist es halt, wie gesagt, Bier ist sowieso bei mir ein kleiner Tritt. Hello Kitty. It's Hello Kitty. It's Hello Shitty. Du riechst mich auf. Unwohl. Schmeckt wie Joghurette, nur weniger Joghurtig. Not bad. Na doch, nicht schlecht. Man kann sie essen. Mhm. Vor allem, also nochmal so nebenbei, wenn ihr uns irgendwie was schicken wollt, Fanpost-mäßig, müsst ihr mich einmal anhauen für die Adresse, da, by the way. Äh, kriegt den entweder auf dem Server oder sonst irgendwo bei uns. Aber, äh, in der Regel bitte keine Lebensmittel. Also, das ist jetzt eine Ausnahme, weil ich, äh, vergessen hab, es ihm zu sagen, keine Lebensmittel. War davon abgesehen, dass ein großer Teil seines Pakets aus, äh, japanischen Zeug bestand. Also, fand ich so ein bisschen respektlos, denn das abzulehnen. Deswegen, ist er. Ich meine, vor allem, es ist Zeug, wo nicht schlecht wird an sich. Aber es geht so um Grundgedanken einfach. Oha. Ich war schon seit den ganzen Zellern ein bisschen down für, weil ich die Beschreibung gelesen hab. Was soll das jetzt genau sein? Ähm, das sind Pokio Zombie Snacks. Das sind einfach nur Knusper, Knusperkekse, nehm ich mal an, in Zombieform, mit Fleischgeschmack. Und die Fernbezüge blau. Mit Fleischgeschmack. Ja, du kennst doch hier dieses ganze Knabberkram mit Geschmackspulver und allem. Ich hab so das Gefühl, wir essen gleich eine Fleischwaffel. Wir kommen jetzt so nah an die Dinos ran, dass wir uns sagen, hier, hab eine Fleischwaffel. Ach, was? Oh mein Gott. Das ist so jetzt diese Sache, wo ich nicht glaube, dass wir es in unseren Mund tun werden. Ja, das ist einfach nur Geschmackspulver. Was ist für eine Reiswaffel? Was ist echt was für eine Reiswaffel? Hä? Esse. Äh. Vielleicht musst du die halbe Tüte davon essen, damit das funktioniert. Kann sein. Aber die gefallen mir. Ich mag die. Dann gönn dir. Gönn dich. Und dann noch mit diesem Geschmack? Mega toll. Ertrunken in Salz. Ich liebe das einfach. Ich liebe das. Dich kriegt man mit Knabberkram ja sowieso. Ja, sowieso. Äh. Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Das soll nämlich angeblich eine Art Softdrink sein, nur als Tablette. Kaltes Tabletten. Ja. Eigentlich Soda. Aber es gibt wohl noch was. Nicht kalt? Ja, schönen Dank auch. Ja, was soll ich denn machen? Tun Nuss, du. Selber Nuss. Greift in ein Glas Wasser und denkt, dass sie mir nicht den halben Arbeitsbereich versaut. In der Hand ist keine Antimaterie. Uah. Okay, ich probiere es jetzt auch. Wir brauchen Tabletten. Hm. Oh, ein leicht kokosnussigen Geschmack. Doch, die haben was. Die sind witzig. Die schmecken. Splatoon-Merch. Splatoon-Merch. Weißt du, von dem Typen, der noch nie in seinem Leben Splatoon gespielt oder sich angeguckt hat. Ich weiß auch nur Spielprinzip. Mach alles farbig. Ich kenne nur die Musik. Brr, brr, brr. So geht die Musik irgendwie. Oh, da ist die Chemie. Das shit smells like chemicals. Hell und nicht so hell. Möchtest du hell oder möchtest du nicht so hell? Es gibt nur die beiden. Ach so. Du nimmst nicht so hell. Ach so. Nimm ich mal hier Megamind. Moment. Ich muss halt mal mein Bonbon. Wobei ich nimm auch noch einmal ein Grün. Und dann griech ich den nochmal so ein. Das fair. Okay, vielleicht fangen wir dann an. Ich fang mit dem Orangenen an. Ja. Okay. Weingummi. Sehr hartes, zähes Weingummi. Ich will auf Silikon rumkauen. Ach, die nächsten Puckis. Für die anderen Puckis. Ja. Mit Matcha. Mit Matcha. Ich glaube Keks würde das mögen. Keks steht sowieso auf Matcha. Ich persönlich. Nee. Mit Schoki fand ich besser. Das ist hier dieses eine, wo Kornen drauf ist. Richtig Kornen. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, irgendwo habe ich das auch mal drin. Ja, ziemlich schwer. Also auf jeden Fall ist es da voll. Es steht Milchkaramell drauf. Da wird bestimmt auch was drin sein. Oh. Oh, Leute. Die sehen wie Dings aus. Die Tackernadeln. Ja, diese kleinen Packungen, wo Tackernadeln drin sind. Oh, das ist auch. Oh. Oh. Na, zum Wärters Shit. Ein Plombentier. Oh, geil. Oh, hau. Schmeckt aber wie Wärters. Also wie Karamell. Das interessiert mich schon die ganze Zeit. Ah. Auch wenn ich nicht glaube, dass es die Reise überlebt hat. Weil es fühlt sich sehr gruselig an. Ja. That's dead. That's dead. Man könnte sagen, dass hat die Reise nicht so ganz überlebt. Hammerfisch. Das ist ein guter Schild. Irgendwas hat was er in Waffeln hat. Es gibt so diese Schoko-Waffeln. Diese Waffeln, diese Napoleoner heißen die, glaube ich. Das ist Waffeln, Schoko, Waffeln. Basically Hanuta. Nur ohne Hanuta. Und ohne Kinderfasslabung. Und halt viel fluffiger. This guy is gonna die right here, right now. Okay, dann nimm's. Ach, der ist wegen. Guck mal, das so, das da drin ist wie diese, diese Luftschokolade. Wo du extra bezahlen musst, damit Luft in deiner Schokolade ist. That's good. That's really good. Pitcapp mit Matcha. Oder, es sieht für mich immer aus wie Grüntee, aber... Ist das wirklich Matcha? Steht da Matcha? Ja, ich hab gelesen, dass es die Matcha sein muss. Oh Gott, Pitcapp mit Matcha geknackt. Pitcapp mit Matcha geknackt. Pitcapp mit Matcha geknackt. Ich fahre mir so eine ganze Packung davon. This is why don't send Dönesmittel. Gut, man hat. Danke, aber nein, danke. Ich mein, es ist Nestla, also... Pitcapp. So weit sind wir, dass du's mir gibst, okay. Tut mir leid, ich mag auch nicht. Ich find sie aber erträglicher als die Pokis. Ich bin sehr erträglicher als die Pokis. So, und was ist das jetzt? So, was haben wir denn da? Ähm, Yummy-Stick. So yummy ist so ein Yummy-Stick gar nicht. Es sieht auch nicht so aus. Es sieht aus wie Wundervutter. Finde ich. Das ist halt die billigste japanische Süßigkeit. Und ehrlich gesagt, schmeckt die auch so. Aber ich find, dass der in so ein japanisches Fresspaket reingehört. Looks like a dick. Ganz böse gesagt, es riecht nach Fisch. Soll ich lieber erst vorher mal probieren? Ja. Schmeckt nicht nach Fisch. Nein. Nee. Das ist auch die andere Seite, sonst haben wir, wenn du willst. Wenn dich das sonst... Spicey ist ein bisschen würzig. Wie jeder Knabberkram so ein bisschen. Das ist nicht das Schlimmste, was wir heute in uns reingeschoben haben. Oh, okay. Das ist doch ein bisschen spicy. Also ja, im Endeffekt, was wir heute hier hatten, überwiegend gut. Ein paar Blindgänger dabei gewesen. Aber da wissen wir Leute, wie wir es geben können. Bei Matcha zum Beispiel, da wissen wir, der Keks wird durchdrehen, wenn sie das kriegt. Das Bier kriegt dein Vater. Das Bier kriegt mein Vater. Weil der kann damit mehr anfangen als ich. Außerdem ist das Lehrgut dann deren Problem. Oh, hey. Ja, glaubst du, da wirst du irgendwo los? Das kann man sammeln. Ich meine, wann hat man bitte schön als Deutscher die Gelegenheit japanisches Bier? So ist es wahrscheinlich, ich werde das hier auch austrinken und dann mir einmal auswaschen. Dass das hier anfängt zu schimmeln und zu stinken. Und mir dann irgendwo ins Regal stellen. Weil die Dose finde ich noch mit am schönsten irgendwo von dem Ganzen. So, aber mal. Was war da nochmal das Beste, was wir hatten? Und was war das Schlechteste, was wir hatten? Also ich finde das Beste sind halt wirklich das Knabberzeug. Das, was hier... Das sagt sie, weil du sie damit immer kriegst. Tja, ja. Das Knabberkram ist so dein Kryptonit. Und das Schlechteste? Schlechteste. Also, Schlechteste. Ich würde mal sagen... Also, wenn man mal die Knabberkram ausnehmen würde, dann würde ich sagen, das Beste war... Ja. Ja, doch. Die hatten was. Da habe ich nicht gedacht, dass die so kokosnussig schmecken. Ich glaube nicht gut. Und das Schlechteste... Ich würde mal... Matcha-Stick. Same, ja. Die Matcha-Sticks waren bei mir echt ein Fehlschlag. Aber das Beste fand ich persönlich... Das war der Fisch. Der Fisch war das Beste. Der Fisch. Doch, der war super. Der war lecker. Das war richtig geiler Shit. So fluffige Fleischwaffel, basically. Ohne Fleisch. Ohne Fleisch. Mit Schoki. Das war für mich das Beste. Du bist nicht gegangen. Das nimmst du sofort zurück. Das war gut. Das war nice. Das war mal eine nice Experience. Also, ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye. 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 Bis zum nächsten Mal.